WM Qualifikation Asien Jordanien gegen Kuwait Jordanien und Kuwait treffen in Gruppe B aufeinander. Die beiden Teams trennen sich 0 zu 0 unentschieden. Das Unentschieden ist auch mehr als verdient. 6 Schüsse Jordanien und Kuwait mit 7. 3 Schüsse von Jordanien aufs Tor und 2 von Kuwait. 48% Ballbesitz für Jordanien, 52% für Kuwait. Also an sich sehr enges Statistiken, sehr ausgeglichen. Ist auch in der Tabelle so, sie sind in Gruppe B. 2. Kuwait mit 3 Spielen 4 Punkte und Jordanien hat auch 4 Punkte, aber erst 2 Spiele. Also ein Spiel weniger als Kuwait. Glückwunsch an beide. Unentschieden hat jetzt niemand so richtig geholfen. Beide hoffen natürlich auf das große Wunder, um gegen Australien weiterzukommen. Deswegen Glückwunsch an beide.